Justin Bieber und Hailey wissen immer, wie sie ihre Fans überraschen können. Zuletzt kursierten überall Gerüchte, dass das Superstar-Paar emotionale Probleme habe und sich trennen werde. Aber jetzt können ihre Fans sicher sein, dass das nicht passieren wird. Das Paar erhält die größte Freude seines Lebens. Bieber und Hailey erwarten ihr erstes Kind, laut amerikanischen Medien ist sie im sechsten Monat schwanger. Schöner hätte Hailey diese Baby-Neuigkeit nicht verpacken können. Das Model verriet es den Fans am Donnerstagabend auf Instagram mit atemberaubenden Fotos. Natürlich verriet das Superstar-Paar nicht nur die wundersame Neuigkeit. Justin und Hailey haben zu diesem Zweck ein Video im Retro-Stil produziert. Es zeigt eine Zeremonie, die an eine Hochzeit erinnert, vielleicht sogar an eine Erneuerung des Gelübdes. Immerhin sind die beiden seit 2018 verheiratet. Während er ein lässiges Outfit trug, trug Hailey ganz zarte weiße Spitze und trug sogar ein langes Kopftuch, das ihr wie ein Schleier über die Schultern hing. Doch ihr schönster Schmuck ist ihr süßer Schwangerschaftsbauch, den die 27-Jährige immer wieder liebevoll streichelt. Das Paar hat seinen Kinderwunsch nie verheimlicht. Hailey Bieber verriet 2021 in einem Interview, dass sie mit Justin eine eigene kleine Familie gründen möchte. Das damalige Model, wir haben immer darüber gesprochen, dass wir früh heiraten, junge Eltern sein und unser eigenes Leben aufbauen wollen. Noch bevor wir wussten, dass wir zusammen sein wollten. Als die amerikanische Moderatorin Ellen DeGeneres Justin im Jahr 2020 direkt fragte, wie viele Kinder das Paar haben möchte und wann dieser Zeitpunkt kommen würde, antwortete Justin, Wie viele Kinder werde ich haben, wie Hailey haben möchte? Ich möchte einen kleinen Stamm, aber es ist ihr Körper, sie entscheidet, was sie tun möchte. Ich glaube, sie will ein paar Kinder. Warum wagte das Paar nicht schon früher das Abenteuer Elternschaft? Hailey möchte als Frau immer noch einige Dinge erreichen, sagte Justin damals. Sie ist noch nicht bereit. Und das ist in Ordnung. Es scheint, dass der richtige Zeitpunkt für ein erstes Kind gekommen ist. Die Fans sind wirklich aufgeregt. Bis heute hat das Baby-Video zig Millionen Likes und unzählige begeisterte Kommentare, die dem Dreierpaar zu seinem neuen Leben gratulieren. Unter ihnen sind prominente Gratulanten wie Reality-TV-Star Chris Jenner. Sie kommentierte freudig. Wir sind so glücklich. Und das ist ein Programmier. Und das ist ein Programmier. Wir sind so glücklich. sehr schön schön Chúc các bạn thấy con này Xin chào các bạn Cảm ơn